Tamerlan war Herzog der Kirgise, jeder Mensch in Asien wusste wohl ganz. Tamerlan war Herzog der Kirgise, jeder Mensch in Asien wusste wohl ganz. Berlin, 1932. Bitte begrüßen Sie herzlichst mit mir den Autor des heutigen Abends, Kurt Tucholsky! In fünf Wochen siehst du Deutschland schon wieder. Ein Schriftsteller und seine Prinzessin suchen das Glück und finden das Ende der Unschuld. Endlich! Nein! Ich nenne ihn Kurt! In einem Sommer, der viel länger scheint, als er sein wird. Auf alles, was wir lieben. Auf Deutschland. Auf alles, was wir hassen. Auf Deutschland. Du hast seit wir hier sind noch nicht einen einzigen Satz geschrieben. Ich habe Sommerpause. Pause? Ich sage dir, was du hast. Ausgeschrieben hast du. Weißt du, du kannst einem Volk auf Dauer nicht das Gegenteil von dem predigen, was es will. Deshalb werde ich jetzt erst einmal das Maul halten. Wenn die Igel in der Abendstunde stirbt, nach ihren Mäusern gehen, hing auch ich verzückt an deinem Munde. Was unser Volk braucht, ist etwas Hoffnung auf eine Zukunft, für die es sich lohnt zu leben oder zu sterben. Einmal hin und ein Mal hin und ein Mal hin. Ulrich Nöten. Heike Makatsch. Jasmin Tabatabai. Ob ich auch in Krieg bin. Markus Thomas. In einem Film von Oscar-Preisträger Xavier Koller. Grebsholm. Anna Luisa. Anna Luisa. Vielen Dank.